Jo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zurück zu Autotalk. Heute rede ich mal über die neue Honda S2000. Ja, dieses Jahr sollte eventuell die neue Honda S2000 kommen. Ja, an sich, was sollte man sagen? Es soll tatsächlich zum 70-jährigen Jubiläum mit der Marke quasi den Roadster S2000 nochmal aufgelegt werden. Die Designlinie ist so ein bisschen Honda NSX-Style, allerdings trotzdem mit vielen eigenständigen Komponenten. Systemleistung, also was heißt Systemleistung, ist ja kein Elektromotor. 320 PS, was auf jeden Fall cool ist. An sich gibt es jetzt nur wirklich so Konzeptpicks, sage ich mal. Ich habe jetzt nicht wirklich irgendwie fertiggestellte Bilder vom Auto, was sehr traurig ist, aber ist halt so. Aber ich dachte, das ist eine coole, nette Info, weil die S2000 ist durchaus bekannt. Und das Ding sieht auf jeden Fall nett aus. Die Front finde ich, naja, okay. Das Heck finde ich auch, eigentlich, ja eigentlich finde ich das ganze Ding okay. Aber halt nur okay, ich finde von der Seite sieht ja geil aus. Aber so von vorne und von hinten, ja, geht ein bisschen geiler, glaube ich. Aber trotzdem ist gut, keine Frage. Also, ja, genau. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr so von diesem, ja, im Grunde Konzept haltet. Und, ja, im Grunde würde ich sagen, das war's schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. 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 Ciao.